Hey und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ohne eine eigene Website mit dem Affiliate-Marketing Geld verdienen kannst. Affiliate-Marketing ist kurz erklärt sowas wie Empfehlungs-Marketing. Du empfiehlst etwas weiter und bekommst dafür eine Provision. Und wir möchten ja das Ganze smart machen, deswegen möchten wir am besten passiv das Ganze betreiben. Das heißt einmal dafür Arbeit leisten und dann dauerhaft Geld verdienen damit. So und wie kann man jetzt nun ohne eigene Website mit dem Affiliate-Marketing Geld verdienen? Ganz easy. Tausende Menschen oder Millionen von Menschen suchen ja tagtäglich nach Empfehlungen. Beispielsweise auf YouTube. Nach Google ist YouTube die zweigrösste Suchmaschine. Und da wir keine eigene Website wollen, brauchen wir auch Google nicht. Deswegen nutzen wir YouTube. Jetzt möchte ich euch zum Beispiel hier was zeigen. Hier diese drei Begriffe. Herren-Rasierer-Review. Nach diesen Begriffen suchen tausende von Menschen in Deutschland. Warum? Man möchte sich vielleicht als Jugendlicher oder als gestandener Mann einen neuen Rasierer zulegen und möchte sich natürlich davor informieren. Und ja, das klappt am besten in diesem Fall wahrscheinlich mit einem Video. So, jetzt gehen wir mal hier auf so ein Video drauf. Liebe Leute! Und können sehen, dass da ein Mann ist mit einem Rasierer von Philips on Blade Pro. Und der macht dazu ein Review, ein Fazit, eine Zusammenfassung. Dieses Video macht er natürlich nicht umsonst. Für dieses Video bekommt er kein Geld, sondern wenn ich mir jetzt dieses ganze Video hier angeschaut habe, bin ich als Interessent vielleicht dazu geneigt, das Produkt zu kaufen. Und wenn er wirklich das Video gut gemacht hat, sagt er höchstwahrscheinlich am Ende noch, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu diesem Rasierer, wenn er euch gefällt. So, jetzt kann man hier unten sehen, ist hier das Produkt und hier ein Link zu Amazon. So, sobald ich jetzt ich auf den Link gedrückt habe und hier das Produkt kaufe, bekomme ich eine Provision. Meistens von 3 bis 10%. Nehmen wir mal an, hier sind es jetzt 10%, dann wären das 7€. Und jetzt stellt euch mal vor, dass 3 Leute am Tag das kaufen, dann wären wir schon bei 21€. Und ja, das ist eigentlich ziemlich attraktiv. Also ihr braucht keine eigene Website, ihr macht so ein kleines Video, ihr braucht ja nicht euer Gesicht zu zeigen. Also der Mann könnte hier auch praktisch das Ganze anonym machen, einfach nur seine Hand filmen und den Rasierer. Es muss auch nicht unbedingt ein Rasierer sein, es kann um eine Kamera sich drehen, um Technikzeug. Ihr kennt ja vielleicht diese Reviews von Spielekonsole oder von Spielen, vom Laptop oder keine Ahnung von der Matratze, Handstaubsauger. Es gibt einfach zu allen Reviews, alles wird gesucht, Dampfbügeleisen oder sowas. Ihr könnt zu allen Reviews machen und damit praktisch Geld verdienen, eine Provision verdienen. Also ganz easy, ihr erstellt so ein Video, auch ohne euer Gesicht zu zeigen, empfiehlt die Produkte hier von Amazon weiter. Wie das geht, hier wenn man mit dem Amazon Partnerprogramm angemeldet ist, hat man hier eine zusätzliche Leiste und kann hier einfach einen Link erstellen und den dann in der Beschreibung hier reinhauen. Wie das alles funktioniert mit der Amazon Partnerprogramm Anmeldung und wie euer Video am besten gefunden wird von anderen, also wenn man jetzt hier diese drei Begriffe reinschreibt. Dafür habe ich hier ein Video, in diesem Video erkläre ich hier nochmal das ganze Prinzip und hier in diesem Video müsst ihr euch einfach, hier in diesem Video bekommt ihr einfach nochmal das ganze Prinzip, das ganze System genau erklärt. Und das ist kostenlos, ihr könnt euch hier einfach eintragen und bekommt dann per Mail das von mir zugeschickt, wie das einfach, wie das ganze läuft mit dem Affiliate Marketing. Und ja, das ist eine super Sache, ihr könnt ohne Webseite, also ohne Vorkosten einfach Geld verdienen. Nehmt euch einfach irgendwas zu Hause, startet ein Video dazu. Aber wie gesagt, natürlich um für solche Begriffe, Herrenrasiere Review, zu ranken, also gleich oben zu landen, brauchst du schon einige Details und diese Details habe ich hier in meinem Videokurs auch mit drin. Also registriert euch erstmal hier, nehmt erste Informationen auf und ja, in meinem Videokurs zeige ich beispielsweise so eine komplette, eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man wirklich mit dem Affiliate Marketing, mit YouTube da Geld verdienen kann und das ganz anonym, Schritt-für-Schritt. Also registriert euch am besten erstmal mit eurer E-Mail, dann bekommt ihr nochmal das ganze Konzept erklärt und dann könnt ihr euch ja nochmal schauen, ob der Videokurs euch zusagt oder nicht. So Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Das ist mal eine Möglichkeit, ohne eigene Webseite Geld zu verdienen. Wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert gerne und ja, dann würde ich sagen, viel Erfolg euch und habt Spaß dabei.